Hi Leute, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Leben. So, ich gucke mir gerade die ganzen Schilder hier an. Kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich nicht, kenne ich, habe ich schon mal gehört, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, kenne ich sehr gut, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Yo Leute, ich bin heute mal alleine unterwegs hier. Also ich bin heute das Pferd nur. Der Screen-Fan, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich musste ihn irgendwie suchen. Ich habe ihn verloren, ich bin mit ihm hier durchgeritten, durch die weite Ferne hier, über Berge, über alles mögliche. Oh, was macht der denn da? Pinkelt der einen Baum? Kann meinen das Ordnungsamt anrufen hier? Hier ist Verdacht auf Stalking. Kannst du bitte den Baum in Ruhe lassen? Okay. Ne, Leute, ich wollte heute mal ein bisschen in der Folge ein bisschen Mist machen, ein bisschen trollen. Und das werden wir jetzt mal machen. So, ähm, äh, warte mal. Was macht der denn da, bitteschön? Ich baue den gleich hier ein. Was macht der denn da? Der, der sägt an diesen Baum? Oh! Der, guck mal, der, der wird illegal den Baum fällen. Oder was macht der? Da hält er eine Bratpfanne rein? Irgendwas macht der doch da. Er ist mir nicht geheuer, der Typ hier. Merkwürdig, 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 was hier so abgeht. Hm. Vielleicht sollten wir ihn mal ein kleines Grundstück bauen. Wäre nicht so verkehrt, ne? Er friert ja auch vielleicht im Winter, ne? Wenn es jetzt schneien sollte. Oh, boah, das sieht aber echt creepy aus. So, mein Freund. Hier. Viel Spaß. Oh, wie gemein. Obwohl, ich muss mal kurz gucken, Leute. Ob er Hashtag Leben reingeschrieben hat in die Community. Weil da muss ich ihm Rechte geben. Vielleicht hat er es ja gecheckt hier. Der war doch schon in der letzten Folge da. Meine ich. Ah, nein. Falsche Community. Falsche Community. Kill the Fox war mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er reingeschrieben hat. Er hat immer noch nicht reingeschrieben. Hat er mir denn eine Nachricht geschrieben? Da könnte ich auch mal kurz nachschauen. Hallo? Kann ich Rechte? Ah, okay. Alles klar. Das dürfte jetzt auch erstmal kurz reichen. Du kriegst Rechte. Mal gucken, ob er mich überhaupt sieht. Oh, er freut sich. Komm. Krieg da Rechte. Äh, wo ist er denn? Ist das denn Extreme Gamer? Kenn ich nicht. Gamer Vault, du kriegst Rechte. Okay. Lassen wir ihn mal in seine Freiheit. Obwohl, wir beobachten ihn mal. Schön mit dem Pferd fällt doch gar nicht auf. Okay. Was macht er hier? Komm, wir lassen das Pferd mal stehen. Mal gucken, ob er es klauen will. Oh Gott, der Arme. Aber, der tut mir irgendwie jetzt schon leid. Der will wahrscheinlich nur den Baum haben. Und wir bauen dir erstmal alles zu. Oh, ich hab gar kein Dings mehr. Warte mal, was machen wir denn? Wo ist er? Mal gucken, ob er direkt an Spawn baut. Das geht ja eigentlich gar nicht. Scheiße. Ich glaube, der hat gemerkt, dass ich die abbauen wollte. Ach, guck mal. Ein Schwert hat er direkt schon. Ach komm, lass uns den lassen. Wir reiten mal weiter. Komm, er mein Pferd. So. Wo ist er denn jetzt hin? Ach komm, irgendwie hab ich Bock, den ein bisschen zu trollen. Lass das mal hinterher. Der denkt sich bestimmt auch, warum kommt die ganze Zeit ein Pferd hinterher? Alter. Warum hänge ich hier so doof fest? Ach, ich bin hier oben, Alter. Hä? What the fuck, ey? Der denkt sich bestimmt auch, ey. Was ist das für ein Blödmann? Was hab ich denn so? Was könnte ich da mal mit denen anstellen? Hab ich gar keine Schlagrechte? Warte mal. Weißt du, was ich... Ach, ich leg dir mal hier Brot hin. Guck mal, ob er es merkt oder nachschlappt. Alter! Was ist denn das hier für eine Falle? Ich wollte ihm das Brot wegnehmen wieder. Oh, wie ist es erstmal locken hier mit Brot? Hier, da oben. Vielleicht sieht er das ja. Komm, schnappt es dir. Schnapp ist dir. Ey, der merkt auch gar nichts, ne? Ihr denkt bestimmt, dass Brot von oben gefallen. Ach scheiße, ist das wirklich eingepackt. Na ja, schauen wir mal, was er so vorhat. Heute schauen wir einen Neuling, der in Minecraft Leben zum ersten Mal ist, über die Schulter, was er so treibt. Er baut gerade erstmal Bäume ab. Ein Schwert hat er sich schon gecraftet. Also verteidigen kann er sich schon. Hm. Ist das was? Komm, wir packen dem Mann eine Axt dahin. Gucken, ob er das merkt. Warte, einen Moment. Ach, wollen wir mal die Axt da oben hinschmeißen. Jetzt nimm noch die Axt. Die schnappen wir uns gleich sofort wieder, wenn er die sieht. Hallo. Ich glaube, der Junge ist untrollbar. Ja, sicher. Sicher. Er schnappt sich erstmal meine Axt. Scheiße, ich bin so dumm. Leute, ich bin nicht fürs Trollen geboren, ey. Egal, kleines Geschenk. Ein Anfängergeschenk. Schön. Guck mal. Richtig vorbildlich. Der grieft nichts. Der macht nichts kaputt. Der geht keinen auf den Sack. Der macht hier einfach sein Ding. Der Gamer Boy. Ich bin mal gespannt, wo er gleich seine Hütte baut. Hat er diese Blickwinkel, ne? Aber ich glaube, der hat gleich hier den ganzen Wald abgeholzt. Den stört das anscheinend gar nicht, dass ich hier so ein bisschen rumgucke. Müsste es von oben so einen Lava einmal platzieren, Alter. Direkt auf dem Kopf alles. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich diese Folge gerade hier mache. Wisst ihr was? Komm, lassen wir den erstmal. Wo geht es hier wieder zurück? Auch nicht schlecht. Ich sollte einfach den Bäumen hinterherlaufen, die ihr alle abgeholzt hat. Ach, hier geht es lang. Alles klar. Wo ist denn eigentlich mein Pferd hin? Ist das gerade schon ertrunken? Ach, da ist ja mein Pferd. Oh, das ist doch sehr nett. Was macht der denn da? Hm. Kein Plan. So. Wir reiten jetzt erstmal weiter. Zack, zack, zack. Ähm. Ja, wir sind richtig. So. Jetzt bewegt er sich wieder. Mein Grundstück ist nix los gerade. Okay. Gut. Let's go. Weiter geht's. Hier könnte man sich sehr gut vollfressen da. So viel Weizen. Ist ja ein richtiges Weizenland hier, Leute, von heute. Habt ihr denn auch schon beim Easy Gamer vorbeigeschaut? Der überträgt das Programm. Das Programm, Alter. Ich komme mir vor, als wäre ich bei RTL. Dieses Projekt, meine ich natürlich. Überträgt er auch? Minecraft Leben. Och, Menno. Was ist denn hier los? Ey, diese Kackbäume. Ich werde hier bald mit einer Kettensäge durchrennen. Wie so ein Verrückter. Wie so ein angeschossenes Huhn. So, so, so. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, diese Folge mal zu tun. Aber es ist mir ja noch gar nicht so gelungen. Da ist übrigens das beste Haus ever, was da steht. Sehr schön. Sehr schön gebaut. Fällt auch gar nicht auf. Sehr gut getarnt. Mit diesem schönen, dunklen Braun. Alles ist grün. Nur ein brauner Kackhaufen steht mitten in der Landschaft rum. Das fällt definitiv nicht auf. So. Ich möchte mal zum Maurice Vico gehen. Der ist nämlich bei mir in der Nähe. Vielleicht kann ich den ein bisschen ärgern. Nein, der ist netter. Den ärgere ich nicht. Ähm. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ähm. Ach, ich muss in diese Richtung. Meine Güte. Fast verlaufe ich mich schon wieder. Ich bin schon hundertmal den Weg gelaufen hier. Mindestens. Und verlaufen tue ich mich jedes zweite Mal. Gefühlt. Ja, was ist denn los Ferdi? Komm. Ja, ich weiß das Lava. Ach ja, da ist die Lavastelle. Hier ist jetzt auch gleich, genau, die Todesschlucht. Wo ich auch schon öfters mal fast reingefallen wäre. Aber hier steht da auch noch irgendwas. Okay, da hinten. Das ist so ein kleines Steinlager. Da hat jemand angefangen zu bauen und nicht weitergemacht. Da kann man schön Steine klauen. Jo, sind wir auf jeden Fall auf dem Rückweg. Boah, ich muss sagen, das ist heute irgendwie die langweiligste, Entschuldigung, langweiligste Folge. Ich weiß nicht warum, ey. Irgendwie richtig kein Plan heute, was ich hier machen soll. Hier meine Treppe, die ich mal hier gebaut habe. Die ist echt nützlich. Da komme ich ruckzuck über den Berg hier. Zack. Ist denn hier irgendwas Neues passiert? Sieht alles wie beim Alten aus. So. Komm, ich gehe mal hier schön hinlang. Ja, toll. Meine Bäume halten mich jetzt auch super. Gut gepflanzt, green fun. Aber so habe ich immer Holznachschub. Ist auf jeden Fall clever. Boah, die bauen aber auch die Leute. Ich habe immer das Problem in den Projekten, wenn ich irgendwo anfange zu bauen, dann kümmern wir mal alle um mich herum. Aber ich habe da nichts gegen. So lange die Leute mir nicht zu nah auf die Pelle rücken. Das sieht auch ganz cool aus. Wie so eine kleine Art Miniburg. Wer hat das nochmal gebaut? Blurred King. Ja, das hat auf jeden Fall Potenzial. Der oben baut auch einer. Das ist aber neu. Wer ist das denn? Hier stand noch kein Haus vor kurzem. Hallo Kuh. Ja, toll. Ey, dass das Pferd noch nicht mehr hier durchlatschen kann. Das ist so billow. Ich glaube, ich verkaufe dich wieder. Ich kaufe mir da ein Audi-Pferd. Wem gehört das hier? El Pablo. El Pablo. Okay. Betreten ohne Erlaubnis nicht gestattet. Das stimmt allerdings. Das ist auch verboten in diesem Projekt. Dann wird man gekickt, Leute. Wenn einer bei euch auf dem Grundstück ist und ihr wollt das nicht, macht einfach einen Screenshot mit der Playstation. Schickt es in die Community und dann ist das geritzt, Leute, von heute. Hä? Ist der nicht mal auf dem Server, Vico? Doch. Maurice Vico. Hä? Ach, da ist er doch. Hä? Warum konnte ich den jetzt nicht sehen? Blau. Ach, da ist er doch. Der sieht mich gar nicht. Der denkt mich schon, warum ist das Pferd hier? Er begrüßt mich, obwohl ich gar nicht mehr drauf sitze. Auch nicht schlecht. Ich weiß, dass hier sein Eingang ist. Komm, den machen wir mal zu, den Eingang. Schreibt es schon, wo ich bin oder so. Sag mal, was hat denn da geschrieben? Du bist das? Wie, ich bin das? Ja, Horst ist das. Aber Horst kann ich lesen. Warum schreibst du Schilder? Er wundert sich, warum dein Tor jetzt zu ist. Irgendwie gemein, oder? Er ist so ein korrekter Typ, ey. Aber er ist ja nur Spaß. Was hab ich denn noch so? Er sucht mich, er schwimmt jetzt. Wie hat er durchgeguckt, Alter? Mal gucken, was er so vorhat. Er beobachtet mich aber gut. Obwohl, er kann mich ja gar nicht sehen. Oder sieht er meinen Namen um drüber? Eigentlich dürfte das nicht funktionieren. Ne, sonst würde er auch zu mir kommen wahrscheinlich. Voll skeptisch. Voll skeptisch ist er. Was macht der denn da? Hä? Jetzt baut der das Schild ein? Oh, ich bin gegen meinen Hetz gekommen, Alter. Sorry. So, klappe zu. Komm auch mal doppelt, weil es so schön ist. Ach, scheiße. Der kann mich auf der Karte sehen, glaube ich. Wenn er eine Karte hat. Warum hat der denn das jetzt eingebuddelt hier? Hä? Warte mal. Aufnahmen. Ach so, das hatte ich vorhin geschrieben. Ist der denn jetzt? Jetzt ist er da hinten? Ach, ich komme hier gar nicht durch, Alter. Jetzt kann ich hier nicht ausbrechen. Toll, jetzt bin ich gefangen. Tolle Wurst. Kommt er? Er kommt gar nicht, ne? Der sneakt, glaube ich. Der sneakt. Leute. Okay, der bohrt da oben weiter. Ich glaube, den nuke das gar nicht, was wir hier machen. Gehen wir erstmal wieder raus hier. Oh Gott, ich glaube, jetzt kommt er. Was macht der denn da? Ach, er macht seinen Boden weiter. Okay, Leute. Ich würde mal sagen. Ich dachte, geht das noch zu seinem Haupteingang. Ich weiß jetzt mal so Müll raus. Guck mal, ihr wart eben schon, bis ich das hole, oder was? Der Arme. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, ich kann mich jetzt gerade nicht zeigen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war irgendwie voll die langweilige Folge, muss ich ehrlich zugeben. Ach, guck mal, er schmeißt da eine Möhre hin. Denkt er, ich bin Easy Gamer, oder was? Er will mich mit einer Möhre locken. Aber nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall bedenke ich mich, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Lasst doch mal ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut beim Easy Gamer vorbei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Leben. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.